Ich denke, das ist ganz einfach. Das Problem ist, dass wir den Kindern mehr Zeit und mehr Raum geben müssen, um sich mit Literatur auseinanderzusetzen. Dass wir also auch offen reingehen müssen, dass wir, auch wenn wir es als Lehrer gewöhnt sind, unsere Erwartungshaltung völlig verändern, eigentlich gar keine Erwartungen haben, sondern auch gespannt sind auf das, was kommt denn bei den Kindern dann hinten raus. Und das ist eben nicht dieses, dass die Antwort ist richtig, die Antwort ist falsch, sondern jede Antwort ist irgendwie richtig. Der eine kommt zu dem Ergebnis, der andere kommt zu dem. Man hinterfragt, wie bist du denn dazu gekommen, zu dieser Antwort? Und ja, dass man das eben mehr macht.